Yo Leute und damit herzlich willkommen zu einem neuen Video. Wie ihr es vielleicht schon mitbekommen habt, wird Philipp Lienhardt zum SC Freiburg wechseln. Das gab heute der SC Freiburg bekannt und ja, damit ihr mal ein paar Informationen über ihn habt, habe ich mal ein 5 Faktenvideo für euch zusammengestellt und dann würde ich sagen, los geht's. Philipp Lienhardt ist am 11. Juli 1996 in Linienfeld, Österreich geboren. Fakt Nummer 2. Lienhardt kam mit 11 Jahren in den Nachwuchs des SK Rapid Wien und durchlief dort sämtliche Ausbildungsstufen inklusive der Akademie. Zusätzlich besuchte er das Gymnasium in der Wiener Marultinger Straße, welches aufgrund einer Kooperation mit dem Verein ein fixer Bestandteil in der Ausbildung junger Rapid-Talente ist. Lienhardt absolvierte insgesamt 28 Spiele in der Zweitmannschaft des SK Rapid in der Regionalliga Ost. Fakt Nummer 3. Am 30. August 2014 wechselte Lienhardt zunächst leihweise für ein Jahr in den Nachwuchs von Real Madrid. Philipp Lienhardt ist somit 20 Jahre alt und einer der jüngsten Spieler vom SC Freiburg. Fakt Nummer 5. Lienhardts Marktwert beläuft aktuell auf 800.000 Euro. Jo Leute, das war's auch schon wieder mit dem Video. Wenn's euch gefallen hat, teilt, liked und abonniert unseren Kanal für mehr Videos. Macht's gut, bis zum nächsten Mal und ciao. Bis zum nächsten Mal.